Hallihallo, hier wieder der wöchentliche RKI-Situationsbericht mit Angabe der Testzahlen und der dazugehörigen positiven Rate. Wie ihr seht, ist die weiterhin bei 0,74, also nach wie vor alles super, kann man sagen, im Fehlerbereich der Tests. Hier sieht man diese mega riesengroße zweite Welle, die am Ende wohl nur ein kleines Wellchen geworden ist. Sie haben so versucht sich herbeizutesten, aber wie man sieht, ist das Misslungen, die kappt am Ende ja schon gehörig ab, also da ist nicht mehr viel rauszuholen, würde ich mal sagen. Hier die Kurve der Sterbefälle, da brauche ich glaube ich inzwischen weiter nichts mehr dazu zu sagen, jetzt kann man wirklich am Ende ja fast nichts mehr erkennen. Also, juhu, man sollte meinen, die epidemische Lage nationaler Tragweite ist beendet, sollte man meinen. Heute hat allerdings im Bundestag eine Anhörung stattgefunden und zwar liegen da verschiedene Anträge vor, die nationale epidemische Lage aufzuheben. Aber wie man hier sieht, sieht es wohl so aus, als würde das abgelehnt werden. Ich weiß nicht, ob das schon die endgültige Entscheidung ist. Aber gut, aufgrund der von mir vorher gezeigten Zahlen und Kurven, diese Monsterwellen und diese mega hohen Anstiege der Infektionszahlen und der Sterbezahlen, ja, die lassen keinen anderen Schluss wahrscheinlich zu, als diese epidemische Lage nicht aufzuheben. Ich meine, jeder, der gesunden Menschenverstand hat, wird mir da sicherlich recht geben. Ja, ich lasse das jetzt mal so im Raum stehen. Tschüssi!